Moin meine lieben Leute, in diesem Video gibt es mal wieder ein Site Audit und zwar von dieser Seite efi-hundecoach.ch Ich scrolle mal ganz kurz runter, damit ihr die gesamte Seite mal kurz seht. So und damit ihr jetzt mal ganz kurz sehen könnt, was euch in diesem Video hier erwartet, habe ich mal ganz kurz hier die Notizen eingeblendet und zwar habe ich hier einen kleinen Ablauf erstellt, um was es in diesem Video geht, denn es ist so viel, dass ich bei dieser Website eigentlich mal exemplarisch zeigen kann, dass ich unbedingt Stichpunkte aufschreiben musste, weil es sonst viel zu lang wird. Und zwar, da komme ich gleich drauf, werden wir auch die Performance verbessern, aber erstmal möchte ich hier auf den Slider, die Menüpunkte, die Call-to-Action, die Keywords, den Fettdruck und Alttexte, das Impressum und den Datenschutz eingehen, dann möchte ich die Schrift zum Beispiel im Call-to-Action ändern, ich möchte Skripte reduzieren und das sind alles hier Sachen, die die Seite schneller machen, auf jeden Fall schneller, dann möchten wir uns genau angucken, ob das hier als One-Pager gut ist, ja und hier unten auch noch ein paar Sachen, die dazukommen, ja so ein paar kleine Fehlerchen, dann was man noch verbessern könnte als Kontaktformular-Call-to-Action, wie man Lizenzen von Bildern überprüfen kann, ob sie wirklich lizenzfrei beispielsweise sind, ja, puh, das ist ganz schön viel, wir gucken uns die Ergebnisse bei Google an, wir schauen uns an, wie man die Seite eventuell auf www umstellt, was man mit dem Favicon machen sollte und zwar, dass das Favicon auf jeden Fall über 512 Pixel Breite haben soll und wir werden, ja, Lizenzrechte uns mal angucken, also es gibt hier super viele Sachen, ihr seht schon, irgendwas davon muss euch einfach interessieren, es ist einfach, ja, grandioser Inhalt hier in diesem Video. Und ich habe jetzt schon ganz am Anfang eine Frage für euch, was hat diese Seite mit der Seite spd-timmendorfer-strand.de gemeinsam? Was haben diese beiden Websites miteinander gemeinsam? Ja, das sieht man so nicht auf den ersten Blick, aber ich kann es euch verraten, beide Seiten liegen auf dem gleichen Server. Und zwar liegen da nicht nur auf diesem einen Server diese beiden Seiten, sondern eine ganze Reihe von Seiten. Zum Beispiel diese Seite, Heim GmbH, diese Seite, 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 diese, 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 tui-berlin.de zum Beispiel. Geil, ne? So, diese Seite und diese Seite. Und diese Seite zum Beispiel hat definitiv ein Duplicate-Content-Problem, weil die ist erreichbar und wird nicht weitergeleitet, ist übrigens ein anderes Video von mir drüber, ähm, genau, ist erreichbar über Schema-Therapie-Kinder- und Physiotherapie-Rosenheimer-Platz.de. Muss ich denen vielleicht mal sagen, wie dem auch sei. Es ist auf jeden Fall so, dass auf diesem Server mehr als 227 Seiten sind. 227 Seiten sicherlich, letztendlich können auf diesem Server aber auch 20.000 Seiten sein, weil ein Server auch mehrere IP-Adressen verwalten kann. Aber alle Seiten, die unter dieser IP-Adresse zu finden sind, welches 272 sind, liegen definitiv auf diesem einen Host-Europe-Server. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist übrigens dieses Web-Paket, auf dem die liegen, dieses Silberne hier. Für 12 Franken im Monat. So, und damit wir eine Sache wirklich richtig, ähm, ja, aufs Korn nehmen, mal hier gucke ich mal alle Detailinformationen an und dann, lasst mich mal gucken, Sonstiges. Das ist das Wichtigste, obwohl es unter Sonstiges ist. Für mich zumindest jetzt gerade das Wichtigste. Und zwar CPU und RAM. Also, Arbeitsspeicher und CPU dieses einen Servers. Dieser Server ist sozusagen ein Computer, auf dem so und so viele Websites liegen, diese 227 Websites. Stellt euch mal vor, 227 Programme laufen auf einem Computer und mehrere Leute benutzen jedes von diesen Programmen gleichzeitig. Dann stürzen die irgendwann ab und werden langsamer. Genauso ist es auch bei Websites. Wenn ganz viele Programme gleichzeitig auf einem Server sind, dann können CPU und RAM auch geteilt werden und nicht dediziert. Also wie hier im dritten Paket zugeordnet. Und selbst ein Gigabyte und zweimal sechs Kerne, das ist, ja, das ist schon viel. Es geht aber definitiv noch viel mehr. Also wirklich performante Websites liegen zum Teil auf Servern über ein Gigabyte Größe. So, und ja, das für 24,90 Euro im Monat würde ich mir persönlich zweimal überlegen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, jetzt habt ihr mal gesehen, was ist das für ein Server, wie viele Websites liegen da drauf und, ja, was hat das für einen Effekt jetzt letztendlich? Ja, alle dieser Seiten, das habe ich schon mal so nachgeguckt, die haben alle keine Ladezeit unter einer Sekunde. Das habe ich schon so rausgefunden. Wenn ich diese Seiten neu lade hier, bin ich überall so bei meinen zwei, drei Sekunden dabei. Also nichts ist eigentlich schneller. Gehen wir mal hier auf die Seite, das sah gerade ziemlich fix aus, obwohl die halt einfach auch gar keinen Inhalt hat. Gehen auf Netzwerk, also die Seite hat null Inhalt und lädt trotzdem 1,69 Sekunden. Ist halt krass. Oder hier filmmag.de beispielsweise. Sieht so aus, als hätten die eine Reihe von Besuchern zum Beispiel. Ja, und ich sehe bei allen auch, dass es ziemlich grün hier ist und der TTF-B-Wert auch ziemlich hoch ist. So, und wo ist jetzt die Ladezeit? Ja, das dauert alles ziemlich lange, ne? Vielleicht war ich die ganzen... So, das dauert alles ganz schön lange. Upsi. 15 Sekunden. Also ihr seht, das hat super die Schwankungen. Und genauso ist es übrigens auch bei der Website, die wir uns jetzt angucken. Gehen wir mal wieder auf diese Seite hier, scrollen mal nach oben, machen mal hier Untersuchende an im Chrome, gehen auf Network und dann laden wir mal die Seite neu. Und auch diese Seite hat ab und zu 8 Sekunden, manchmal 15 Sekunden und ich kann euch eins versprechen, wir bringen die auf konstant unter 3 Sekunden in diesem Video. Manchmal sogar unter einer Sekunde die Unterseite. Also, wir kriegen es hin, in diesem Video diese Seite hier zu verbessern. Das verspreche ich euch. Deswegen dürft ihr auch auf gar keinen Fall ausschalten. Hier seht ihr schon diese Schwankungen. Jetzt sind wir sogar bei 4 Sekunden, ohne optimiert zu haben. Jetzt geht es immer schneller, schneller, aber jetzt sind es wieder 5 Sekunden. Dann sind es ab und zu wieder 15 Sekunden. Ich habe bei dieser Seite sogar schon 25 Sekunden hier unten gesehen. Kann man mit sowas leben? Nein. Genau, und ihr könnt mich echt super disliken von mir aus, wenn ihr der Meinung seid, dass ich zu viel Affiliate-Marketing mache, aber ich stehe immer noch bis heute mit Leib und Seele hinter SiteGround, also cmsvideos.de slash SiteGround. Und wenn ich zum Beispiel mal einfach Serverpläne vergleichen sollte, dann seht ihr hier, dass ich jetzt für 12 Euro oder ja, sagen wir mal 12 Schweizer Franken, vielleicht 10 Euro oder so, wenn ich hier zum Beispiel nicht mal SSD-Hosting habe beispielsweise und auch nicht weiß, wie viele Leute hier auf einem Server sind, dann finde ich es weitaus transparenter. Auf jeden Fall allen, die zum Beispiel wirklich gar kein Englisch können, empfehle ich keinen SiteGround. Aber wenn ihr Englisch könnt, dann kann man günstig in, ich sag mal, oder auf Hosting vertrauen aus Bulgarien und wenn ich hier mal runter scrolle, dann sehe ich hier auch so eine Vergleichstabelle und ich sag mal, womit man das jetzt hier vergleichen kann, ihr habt eben gesehen, wir haben da 277 Domains auf einer Adresse, auf einer IP-Adresse und es scheint nicht ganz gehandelt zu sein von Auslastung her, wenn wir solche Schwankungen haben und das haben wir bei ganz vielen Hosting ist das so. Und hier kann ich mir angucken, dass der Server beispielsweise nie, und das sieht man hier, ja, bis zu 20% ausgelastet sein sollte, die CPU, da wird drauf geachtet. Früher war es bei SiteGround so, da hat SiteGround gesagt, ja, so und so viel, ja, Kunden dürfen pro Server nur vorhanden sein, bei den Premium-Paketen hier und so. Allerdings ist das eigentlich dumm, weil auch SiteGround sollte gucken, dass Server-Ressourcen ökonomisch verwendet werden und wenn es zum Beispiel 100 Kunden gibt, die ihren Web-Space gar nicht so doll oder so intensiv benutzen, dann sollte man, finde ich, darauf setzen, dass SiteGround sich darum kümmert, dass zum Beispiel ressourcenintensive Websites, die viel brauchen, weil sie viele Besucher haben, dass sie die dann auf eigene, ja, dass sie die dann sozusagen auslagern auf neue Pakete. Und deswegen finde ich es eben ökonomischer, wenn man dann eben nicht sagt, okay, statisch zu sagen, so und so viele Kunden auf einem Server, sondern wir achten drauf, dass nie länger als 10 Sekunden mehr als 20% CPU-Auslastung sozusagen da ist. So, und das finde ich ziemlich cool und da habe ich die beiden Pläne hier mal verglichen. Hier kein SSD, hier SSD. SSD übrigens, ja, für die Datenbank-Server und für die Daten-Server. Das bedeutet, man hat sozusagen doppelte SSD-Power schon fast. Das ist ziemlich fett und das ist ziemlich, ziemlich schnell. So, jetzt möchte ich aber richtig loslegen hier mit dem Video. Ich gehe mal hier rüber. Es geht jetzt los mit der Website insgesamt. Ich habe die Website hier in einem Inkognito-Tab auf. Ähm, ich finde, dass der Slider hier, wenn ich auf die Website gehe, zu unfreundlich wirkt oder zu, naja, die Hunde gucken schon freundlich, ja. Aber es ist eine gewisse Dunkelheit und Grauheit hier oben links da. Außerdem kann ich auch diesen Menüpunkt hier nicht richtig lesen. Das ist dann auch ein Punkt, den ich hier, sage ich mal, bemängele. Ich habe auch sofort erkannt, dass dieses Pink überhaupt nicht das Pink von dem Logo ist. Deswegen benutze ich ja hier Chrome und untersuche das Ganze. Wenn ich übrigens das Menü angucken möchte, dann docke ich mir die Chrome-Leiste unten an, gehe dann nochmal hier drauf. Moment, hier unten gehe ich drauf. Seht ihr das? Da klicke ich hin und dann, Moment, da hin. Und dann kann ich mir ein Element auswählen, wie zum Beispiel diesen Navigationspunkt. Und wähle mal mit der Farbe hier eine Farbe von hier aus und sehe schon, das ist gar nicht die Farbe gewesen. Also dunkler gefällt mir sogar besser. Ja, jetzt haben wir hier das Dunkle. Allerdings ist der Hintergrund nicht so gut und man sollte eigentlich den Hintergrund immer so wählen, dass man alle Menüpunkte gut lesen kann. Das heißt, man sollte vielleicht gar keinen Pink nehmen, sondern ein helleres Grau oder irgendwas anderes, ja. Sehr schwierig zu sagen, vielleicht. Ja, es war ja vorher schon diese Farbe. Es ist auf jeden Fall doof, dass dann hier weißer Hintergrund ist. Ich fände es besser, wenn das hier genommen wird als Startbild direkt, dass man diesen Menüpunkt dann nicht verpassen kann. Und dann würde ich vielleicht der, auf dem man aktuell ist, sogar weiß machen, ganz einfach. Also, white kann ich hier reinschreiben oder ffff. Ich würde es einfach so lassen. Warum nicht? Ist doch völlig in Ordnung. Dann kann man wenigstens eigentlich alles sehen. Und ich würde das auf gar keinen Fall als Startslider nehmen. Allerdings habe ich später, also ich habe heute echt ein paar Stunden an dieser Seite herumprobiert und gemacht und getan. Deswegen werde ich diesen Layerslider hier mit diesem Bild als erstes sowieso dann noch auswechseln, da es dann zum Fehler kommt, wenn ich Caching einschalte. Ich werde dieses Bild mal hier im Layerslider verschieben. Ich arbeite insgesamt sehr wenig mit dem Layerslider. Aber wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann kommt dieses sehr freundliche Bild. Und ich kann nur dazu anhalten. Ich habe neulich schon mal Paypal gezeigt. Paypal macht es genau so. Es ist ein sehr freundliches Bild, das hier so vollkommt mit viel Emotionen. Und hier zum Beispiel ist wirklich, das ist nicht so gut wie das Sonnenuntergangsbild. Oder Sonnenaufgang oder mehr wärmeres Licht. Das ist perfekt als Startbild. Außer, und das habe ich auch sofort gesehen, dass dieses Bild so schlechte Qualität eigentlich hat. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich, dass es 800 Pixel breit ist, aber als 1280 Pixel angezeigt wird. Dann sieht es immer unqualitativer aus. Also ich habe dann später hier gesehen, dass hier im Blog beispielsweise richtig hübsche Bilder von Pexels, da komme ich dann auch später noch drauf, hier runtergeladen wurden. Und ich finde, dass solche hübschen Bilder dann genommen werden sollten. Oder man selber nimmt irgendeine DSLR-Kamera, ich kann da übrigens, oder DSLR-Kamera. Ich kann übrigens meine DSLR-Kamera, ich habe die Alpha 5000, glaube ich, von Sony. Macht übelst geile Bilder und kostet 300 Euro. So, damit hat man die fettesten Bilder. Ich lege meine Hand für die Sony Alpha 5000 ins Feuer, kann selbst ein Anfänger krasse Bilder mitmachen. So, und dann hat man keine 800 Pixel breite Bilder, dann hat man 4000 Pixel breite Bilder und skaliert die dann auf 1200 Pixel runter. Weil, wenn dieses Startbild 1200 Pixel wäre, wartet, ich mache es nochmal ganz kurz auf, dann wäre das in Ordnung. Wenn es zum Beispiel nur 100 Pixel hochskaliert werden muss. Ich habe ja jetzt hier extra auf HD-Auflösung, sage ich mal, oder auf Halb-HD gemacht. Jetzt sind es 1280 Pixel, genau. Also, ich glaube, das ist, genau, Halb-HD sozusagen. Ähm, 720p nennt man das auch. Und dann sollte man das Bild auch in 720p einbinden, also sozusagen 1280 Pixel breit. Oder 1200 ist genug. Das kann man dann mit dem Auge auch nicht sehen. So, nächster Punkt, damit ich nicht zu lange da dran bin. Kein Call-to-Action im Slider. Also, wenn die Leute hier drauf kommen, es gibt viele Leute, gerade ganz klassisch denkende Leute, die scrollen gar nicht so doll oder gerne nach unten. Die denken dann, hm, ah, hier, schöne Bilder. Dann gehe ich mal hier drauf. Das ist natürlich cool, dass das Menü halt nach unten linkt schon mal. Ja, wie bei mir auch bei der T-Jungle-Seite. Richtig cool, ist gut. Ähm, allerdings ist es halt so, ich würde hier nochmal jetzt kontaktieren oder irgendwie sowas. Oder ein Claim reinmachen hier, wie ihr Hunde-Coach-In. Und dann würde ich bestimmte Dörfer auch noch erwähnen. Da bin ich schon bei Punkt 4. Und zwar habe ich mal gegoogelt, wo das ist. Dieses Solo-Touren. Spricht man das so aus? Solo-Touren, das ist, glaube ich, Schweiz, ne? Genau, deswegen auch CH. Und ich gucke mir dann immer an, was ist denn, wenn hier jemand ist, der zum Beispiel googelt und der ist hier in der Nähe. Ähm, ja, der zum Beispiel hier in Selzach ist. Wenn jemand in Selzach googelt, Selzach Hundeschule, ja, dann wird hier dieses Evi-Dings, Evi-Hunde-Coach bestimmt gar nicht angezeigt, weil Google das nicht miteinander verbinden kann. Also, Evi-Hunde-Coach ist überhaupt nicht zu finden. Deswegen sollte man auf diese Seite, auf diese Website, wenn man so ein lokales Unternehmen hat, alle möglichen Dörfer hier irgendwie mal mit drauf nehmen. Sodass in den Webmaster-Tools, ja, wenn ihr die Seite angemeldet habt, dann habt ihr links in den Webmaster-Tools im Menü Content-Keywords. Irgendwo findet ihr schon. Dass wenigstens diese Wörter hier alle einmal vorkommen. Denkt euch, seid kreativ, denkt euch irgendeinen Trick aus. Macht zum Beispiel eine Anfahrt, ja, Anfahrtsbeschreibung, eine Unterseite mit allen Anfahrtsbeschreibungen aus allen Dörfern zu euch hin. Oder macht hier unten zum Beispiel hin, ähm, sie erreichen uns super aus. Das Gränchen, Wange an der Aare und so weiter, ja, also führt diese ganzen Dörfer da irgendwie aus, auf. Oder in Blogposts zum Beispiel. Heute beispielsweise Spaziergang, ähm, des Hunde-Coaches in, ähm, Biel, okay? Machen Blogposts auf jeden Fall auf diese Seite, dass Google eure Hunde-Coach-Seite mit all diesen Dörfern verbinden kann. Also nicht nur Anatomie-Hund, nicht nur Welpe kaufen und so weiter, sondern auch Spaziergang in Biel des Hunde-Coaches, mal ein paar Bilder posten und so weiter in den Bild-Alt-Texten. Da kommen wir aber später noch zu, zum Beispiel immer schreiben, was da ist und dann ein Foto aus Biel vom Hunde-Coach, okay? Da komme ich nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen, auf die Alt-Texte. Mehr Fettdruck ist auch wichtig. Hier oben könnte zum Beispiel stehen, nicht nur, äh, mobiles Hundetraining Solo-Touren, sondern eben auch, äh, Tour, äh, Biel, Gränchen, wie spricht man das aus? Seltsam, ich kann die ganzen Namen nicht aussprechen. Dass man hier unten zum Beispiel nochmal ein H3 hinmacht mit all diesen Dorfnamen und die macht man fett gedruckt. Und dass man dann hier auch die Dörfer nochmal erwähnt. Und dann bei wichtigen Wörtern, die auch für Google wichtig und für den Menschen auch wichtig sind, der das Ganze liest, wie zum Beispiel Hunde, Rasse, äh, Beschützen. Ach, keine Ahnung, was hier wichtig ist, aber Atmosphäre zum Beispiel, dass man hier Sachen Fettdruck macht, damit das Auge das hier besser aufnehmen kann. Was wäre hier zum Beispiel wichtig? Hunde ausgeglichen, damit die Hunde ausgeglichen sind. Damit die Hundeführer, die hier, sag ich mal, runterscrollen sofort sehen, ah, mein Hund soll ausgeglichen sein, wie toll. Das würde mir niemals auffallen, weil ich lese das gar nicht ja hier Schritt für Schritt durch. Ich überfliege das ja, das Ganze, diese Website, ja? Und hier auch, in diesen kurzen Passagen trotzdem immer was Fettdruck, sag ich mal, ähm, im Fettdruck machen. Zum Beispiel hier, stets an lockerer Leine, Fettdruck. Ich habe Zeit für einzelne Bedürfnisse, Zeit für einzelne Bedürfnisse, das würde ich fett machen. Beziehung zwischen Mensch und Tier, Fettdruck. Ähm, ohne Druck und Gewalt. Vielleicht, obwohl man mit ohne genau das Gegenteil darstellen möchte, erzeugt man aber, wenn man zum Beispiel Gewalt und Druck Fett schreibt, erzeugt man vielleicht doch sogar unterbewusst das Gegenteil. Deswegen würde ich Druck und Gewalt nicht Fett schreiben, auch wenn ich ohne meine, ja? Lieber Belohnung, Fett, ähm, Fettdruck machen, also bold oder, ja, einfach Fett machen, strong, ne? Mit einem HTML-Text strong. Hier Sozialspaziergang, ihr wisst, was ich meine. So, ich gehe weiter, sonst wird das wirklich hier viel zu lange, aber ihr lernt hier viel, ne? Hoffe ich. Als Alt-Text sollte man immer nehmen, was im Bild zu sehen ist. Und zwar muss das semantisch passen, denn Google ist mega frech und weiß ganz genau, was in Bildern zu sehen ist. Hier zum Beispiel habe ich als Alt-Text mobiles Hundetraining, Solo-Touren. Und das Witzige ist, das ist jetzt gerade so okay, weil da Hunde mit drauf sind, ja? Ähm, aber das Witzigste ist, dass Google auch ein Feld hier erkennt und Google möchte eigentlich, dass diese Alternativ-Texte dafür da sind. Das müsst ihr euch immer wieder klar machen. Alt-Texte sind Alternativ-Texte für Leute, die das Bild nicht sehen können oder wenn das Bild nicht angezeigt werden kann. Es muss also alles drin vorkommen in diesen Alt-Texten, was auch auf dem Bild zu sehen ist. Also, ähm, zwei Hunde mit Herrchen auf einer Straße am Feld und dann Solo-Touren. Dann hat man ein Keyword untergebracht und hat ganz klipp und klar gesagt, was ist auf diesem Bild. Ihr könnt das nämlich zum Beispiel daran sehen, dass Google Bilder inzwischen extrem gut kategorisieren kann, ohne dass ihr Text dran schreibt. Also zum Beispiel, wenn man Bilder, ähm, hier so Bilder-Alben bei Google hochlädt in seinem eigenen Picasa, war das früher immer. Ich habe das mal ausprobiert. Selbst wenn man nicht schreibt, was drauf ist, Google erkennt das, dass das zum Beispiel eine rote Rose ist, wenn eine rote Rose drauf ist. Also, Google ist cleverer, was das angeht, geworden und vergleicht Alt-Texte auch mit Inhalten. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Beziehungsweise, wenn es heute noch nicht so exzessiv so ist, dass Google das tut, wird es morgen so sein. So, diese Seite hier hat kein Impressum, ist mir sofort aufgefallen. Ich gehe hier runter und dadurch, dass hier der Footer nicht vorhanden ist, ist mir aufgefallen, dass, äh, weil ich halt ein Impressum immer in Footer tue, dass es hier kein Impressum gibt. Das muss man definitiv tun, denn diese Seite hier verfolgt einen finanziellen, oder sehen wir ja hier schon an Preisen, oder ein kommerzielles Ziel. Und, äh, wir brauchen hier ein Impressum und wir brauchen auch einen Datenschutz, damit man sagt, wie man mit Daten umgeht. Außerdem würde ich noch ein SSL-Zertifikat hier kaufen, weil inzwischen, also mit allen neuen Seiten, die ich baue, mache ich immer SSL. Immer, es wird auch, sage ich mal, rechtlich inzwischen immer, ähm, fieser für Seite ohne SSL. Man muss sehr aufpassen, was man für Inhalte übermittelt, gerade bei Kontaktformularen und so weiter. Es sollte SSL sein, es sollte hier HTTPS sein und eine grüne Browser-Leiste sein. Also, beziehungsweise nicht diese teure grüne Browser-Leiste, aber hier vor sollte HTTPS stehen. So wie zum Beispiel bei unserer Seite, die Berater.de. Okay, sollte es mindestens so aussehen, dass das HTTPS mit einem grünen Schloss davor ist. Genau, das ist super wichtig. Das habe ich jetzt hier nicht nochmal extra aufgeführt, aber Datenschutz ist eine wichtige Sache. Man kann Datenschutz und Impressum bei ihr Recht24 zum Beispiel generieren lassen. Das dauert fünf Minuten. Man legt dafür eine Seite an, dann hat man Impressum. Ganz einfache Sache. Blaue Schrift im Call-to-Action ändern. Ja, wir sind jetzt schon ganz unten auf der Seite. Ich gehe mal hier drauf und ich kann das einfach nicht lesen hier. Wenn Leute die Nummer eingeben sollen, dann muss die Nummer auch zu lesen sein. Einfach mal ein dunkleres Blau aussuchen. So sieht es viel edler aus, wenn ich das jetzt so hier habe. Der Farbcode kann man sich ja nochmal im Video hier angucken. Das sieht doch viel besser aus als der Farbcode von eben. Wenn ich die Seite neu lade, seht ihr nochmal den alten Farbcode. Das ist zu grell, das geht nicht klar. Okay, Skripte reduzieren. So, jetzt sind wir schon bei Geschwindigkeit. Jetzt melde ich mich mal auf der Seite an, beziehungsweise ich bin angemeldet. Erstmal tausche ich, weil ich sowieso mit dem Revolution Slider, also ich habe da vorhin eben auch einen Fehler gehabt, deswegen gehe ich mal auf die Seite. Hat mehrere Gründe und ich mag auch den Revolution Slider lieber. Deswegen tausche ich auf der Startseite den Slider aus. Ich nehme das Element Revolution Slider 5 und diesen Slider. Genau. Aktualisiere diese Seite und dann öffne ich mal hier den Slider Revolution. Ich gehe mal hier wieder auf Slider Revolution. Und dann auf dem Home Fullscreen und da werde ich dann natürlich auch hier wieder dieses schöne Bild. Dann brennt ihr euch das in euer Gedächtnis. Ihr seht übrigens auch, wie langsam das Backend hier ist. Das geht nicht klar. Das ist zu langsam. Wenn ihr seht, wie ich bei mir durchs Backend rausche auf meinen Seiten, dann wisst ihr, Hoster wechseln. Definitiv Hoster wechseln. Ich meine es nur gut mit euch. So, jetzt. Ich will dieses Bild hier, dieses will ich eigentlich gar nicht angezeigt haben. Das kann ich kurzzeitig ausblenden hier. Genau. Klicke auf dieses rote Ding. Grün ist eine sehr positive Farbe mit dem Hunter. Das sieht toll aus. Würde ich definitiv lassen, die Slide, aber die hier würde ich leider wegnehmen. Genau. Dann gehe ich mal hier runter und gucke mir noch was an. Und zwar hier, also das sind jetzt die Hauptslider-Einstellungen. Da bin ich eben drauf gegangen. Ich gehe mal hier auf Performance und SEO Optimization und wähle immer Lazy Load Single. Und dann gucke ich mir noch Show All Issues an und sehe dann, dass es keine Probleme gibt. Unter Show Full Statistics sehe ich auch, dass die Bilderleistung okay ist. Vorhin war die witzigerweise noch besser, obwohl ich das Bild eigentlich optimieren wollte. Egal jetzt. Das ist alles völlig in Ordnung mit den 400 Kilobyte. Solange das nicht über ein Megabyte ist, ist alles gut. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann speichere ich diesen Slider nochmal. Gehe im Inkognito-Tab hier nochmal drauf. Beziehungsweise nicht Inkognito, sondern im Browser und gucke mir, ob der Slider angezeigt wird. Grund war jetzt, dass ich erstmal diesen Slide hier haben wollte als Start-Slide. Okay, das konnte ich im Layer-Slider auch. Aber es gab einen Fehler, einen Konflikt mit dem Caching und das war einfach... Ja, Caching ist eine fiese Sache und ich möchte da jetzt aber durchgehen. Und zwar erstmal Skripte reduzieren. Und da kommt es oft schon zu Fehlern. Ich mache das Skripte reduzieren immer durch das Plug-in-Out Optimize. Das könnt ihr euch installieren. Auf Installieren gehen, das Plug-in-Out Optimize suchen und dann aktivieren. Und ich möchte, ich habe da vorhin schon, ich zeige euch mal, wie ich vorgehe, aber ich möchte nicht jedes einzelne Detail durchgehen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Ich kann dann hier auf Einstellungen gehen und dann auf Auto Optimize oder Auto Optimize. So, und ich möchte immer den HTML-Code optimieren, dann JavaScript-Code optimieren, CSS-Optionen. Möchte ich auch hier alles optimieren. Ich möchte das Ganze packen. Ich verbiete auch immer Google-Fonts. Da können wir nochmal gucken, ob, wenn ich das mal weglasse, ich wieder bessere Fonts habe. Gucken wir mal uns das Ganze an. So, ich gehe mal hier auf Untersuchen auch übrigens. Gucken wir mal, ob sich hier was tut. Das Ganze lädt schrecklich lange. Das ist viel zu lange. Dieses Grüne, das ist alles, das der Server arbeitet die ganze Zeit. Ich sehe jetzt auch, dass Auto Optimize übrigens an ist. Das ist vielleicht ziemlich interessant für euch. Wann ist das an und wann ist das nicht an? Hier werden 87 Requests gestellt. Ja, 87 Ressourcen werden geladen. Wenn ich mal alle hier ausmache, ja, ich mache mal alle Sachen aus. CSS, JavaScript und so weiter. Gehe dann auf Änderung, Speichern und Cache leeren, ja. Ach ja, diese Einstellungen habt ihr übrigens nur, wenn ihr hier diese erweiterten Einstellungen überhaupt einblendet. Also, hier oben, damit könnt ihr die ein- und ausstellen. Stellt ihr auf jeden Fall ein. Und genau, jetzt neu laden. Ich gucke mir wieder die Seite hier an. Lade mal jetzt die Seite neu, ohne dass Auto Optimize an ist. Und sehe dann hier von der Geschwindigkeit her, dass ich auf einmal 120 Requests habe. Ich bin bei 6 Sekunden Ladezeit. Es müssen mehr Skripte geladen werden. Das ist immer unvorteilhaft. Genau. Und, ja, ich kann halt auch sehen, wenn ich mal hier angucke, das kann man sich hier mit einem Rechtsklick auf diese Leiste hier oben anmachen. Ich möchte mir immer die Domain anzeigen lassen. Und ich sehe, dass zum Beispiel die Google Fonts hier, das sind zum Beispiel schon mal 4 Requests auf einen anderen Server, die ich mir sparen möchte. Also, ich kann danach auch filtern. Ich kann auch mal hier eingeben, fonts.google. Das sind 4 Requests, die ich mir einfach sparen möchte. Und man wird da keinen Unterschied sehen. Dafür gehe ich auf CSS. Genau. Ich mache das immer an. Ich mache auch das Aggregieren an. Dann sage ich, check this. Genau. If you don't need or want Google Fonts being loaded. Ich klicke dann auf Speichern. Und das Wichtige ist, dass man bei manchen Designs, da muss man schon echt Profi sein und muss bestimmte Style Sheets ausschließen, also exkludieren. Also, ich hafte nicht dafür, dass die Seite dann noch so aussieht, wie sie jetzt, sage ich mal, aussehen soll. Und es hat sich ja auch noch nichts großartig an der Geschwindigkeit getan. Jetzt habe ich sowieso nur CSS angemacht. Wenn ich zum Beispiel auf JavaScript-Code optimieren gehe, das anmache, dann ist es zum Teil echt wichtig, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Aggregate in mein JavaScript, ja, das ist gut. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel anhabe und ich speichere diese Änderung, das ist jetzt aber die letzte Aktion, die ich hier noch zeige, dann müsst ihr immer, und das habe ich ja auch dazu geschrieben in meinen Notizen, immer die Konsole checken. Immer, immer, immer. Immer die Konsole checken. Zum Teil kann es mega lange laden und dann bekommt man Fehler. Und fehlerreduzierend wirken sich schon diese beiden Einstellungen hier aus, den Try-Catch-Block hinzufügen und auf jeden Fall hier den wegnehmen. Erzwinge JavaScript in Head, das nehme ich auch immer weg, und das Try-Catch, das fängt auch viel ab. Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn JavaScript unten geladen wird, so soll es eigentlich auch sein. Und, ähm, genau. Jetzt habe ich hier tausende von Fehler. Genau, und man sieht das nochmal ganz kurz exemplarisch unter Ressourcen, Frames, und dann gehe ich mal hier auf Scripts, genau, dann habe ich hier diese paar Javascripts, und ich habe unter, äh, Moment. Ja, und das Skript des Styles ist hier eigentlich immer noch, wo ist ein Styles? Nee, Styles ist irgendwie gerade nicht da. Wenn ich auf jeden Fall hier das hier wegnehme und das hier wegnehme, so, jetzt aber wirklich letzte Sache, aber damit ihr das seht, was das wirklich für einen Unterschied von der Ressourcenmenge macht. Ja, ach, da unten sind Style Sheets jetzt, genau. Dann habt ihr hier so viele verschiedene individuelle, ähm, Dateien und hier so viele Dateien. Und je mehr Dateien das sind, desto mehr Overhead hat man einfach, weil die Protokolle sozusagen immer einzeln für jede Datei ablaufen müssen, und das kostet einfach Zeit. Und sobald ich das hier alles anmache, mit meinen Einstellungen hier, die ihr jetzt hier ja genüge euch angucken könnt und abgucken könnt, wenn ich das alles so eingestellt habe und neu lade, dann sehe ich, dass weitaus weniger Ressourcen geladen werden. So, jetzt fehlt irgendwie Style Sheets, ich weiß nicht, warum das jetzt nicht angezeigt wird, aber ich sehe, dass viel, viel weniger geladen wird. Wo Style Sheets hier abgeblieben ist, weiß ich nicht, muss ja irgendwo sein. Ich sehe auf jeden Fall, dass weniger Requests hier gemacht werden, und damit bin ich auch erstmal zufrieden, aber trotzdem sehe ich hier unten noch so eine rote 12. Deswegen machen wir weiter. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal die Skripte reduziert, jetzt möchten wir noch den Slider Revolution. Da kann ich nur empfehlen, den zu deaktivieren, wenn man den nicht braucht, weil bei Impreza kann man auch super Header-Bilder einblenden und braucht dann keinen Slider, und dann würde ich diese Seite wahrscheinlich auch unter eine Sekunde bringen. Dann den Slider Lazy Load aktivieren, das habe ich ja auch schon kurz gezeigt. Bilder des Großstars habe ich eben auch schon gezeigt. Google Fonts habe ich gezeigt. Super Cacher, genau. Das ist jetzt nochmal so eine Sache. Allerdings habe ich die falsche Reihenfolge gemacht, eben hier bei meinen Punkten. Ich möchte mich erst auf Plugins gehen und BJ Lazy Load testen, weil wenn ich jetzt den Super Cacher aktiviere, dann muss ich immer wieder den Cache leeren, damit ich dieses BJ Lazy Load überhaupt testen kann. So, ich lade jetzt diese Seite hier neu. Und was ich sehe, ist, dass wir jetzt hier eine kleine, aber feine Änderung haben, die wirklich sich noch signifikanter hier auf die Ladezeit auswirkt, wenn wir vor allen Dingen viele Bilder haben. Also, viele Bilder gleich noch mehr Verbesserung. Wenn ich hier zum Beispiel auf Network gehe, und ich mache das hier mal ein bisschen hoch, beziehungsweise jetzt kann ich es mal hier rechts an den Rand machen, so, und ich möchte alles mir angucken, wo ist denn alles abgeblieben? Ich lade nochmal die Seite hier neu. Hier oben kann ich das übrigens resetten. Ach so, hier. Den Filter rausnehmen, ne? So, und was ich sehe, wenn ich diese Seite hier geladen habe, ist, dass 84 Requests gestellt werden, wenn ich runterscrolle, und die Bilder hier, sich öffnen, Moment, zum Beispiel hier, dann werden diese Bilder erst nachgeladen. Also, dieses Bild zum Beispiel wurde erst jetzt geladen, wenn ich runterscrolle. Das hilft natürlich, dass das Laden leicht schneller ist, wenn man das erste Mal die Seite lädt und hier sich oben befindet. Okay? Also, beim ersten Mal laden, beziehungsweise wenn ich lade und ich bin hier oben, wird der Above the Fold Content, also unter der Fileskante dieser Inhalt, wird dann nachgeladen. Das nennt man Lazy Loading. Funktioniert also, ich lasse das an, für Seiten, wie gesagt, mit vielen Bildern ist das unheimlich krass. Hat eine sehr, sehr gute Auswirkung dann. So, jetzt möchte ich aber noch ein Plugin aktivieren, das heißt WP Super Cache. Das hatte hier der Seitenbetreiber, oder der, der die gebaut hatte, sogar schon an, aber eine falsche Caching-Variante, die die am meisten Arbeit nach sich zieht. Wenn ich WP Super Cache nämlich aktiviert habe, und ich gehe mal auf die Einstellungen WP Super Cache, dann sehe ich, dass ich erstmal Caching hier jetzt anmachen kann, ja, und man muss immer, wenn man jetzt Änderungen an der Seite macht, am besten hier zum Cache leeren hinkommen und dann den Cache immer wieder hier leeren unter Cache leeren. Man sollte den Cache übrigens auch prüfen. Ich rausche jetzt mal hier schnell durch, weil es wird wirklich immer länger, aber es sind viele Informationen hier für euch. Ihr könnt ja auch gerne mal auf Stop machen. Man sollte den Cache mal testen, ob der Server das überhaupt hier kann und mitmacht. Und das dauert jetzt wieder hier, weil wir sind hier nicht auf einer Highspeed-Bahn unterwegs. Es ist okay, es läuft, hat er gesagt. Ich gehe dann öfter noch auf Erweitert. Ihr könnt hier dann noch meine Einstellungen angucken, und was er aktiviert hatte, war das hier. Und dafür muss man die HD Access auch richtig konfigurieren, und es ist ein bisschen schwieriger oder es ist auf jeden Fall schwieriger einzurechten. Und hier steht auch, dass Mod Rewrite am schnellsten ist, aber PHP Cache fast genauso schnell und einfach viel einfach zum Laufen gebracht werden kann. Darum, wenn ihr euch zum Beispiel dann am Ende nicht sicher seid, ob das Ganze überhaupt läuft, was bringt euch dann der Cache? Deswegen, also das hier könnt ihr dann dementsprechend knicken. Das ist für Profis. Ich benutze sogar auch meistens PHP Cache, obwohl ich das Ganze nachprüfen könnte, ob es funktioniert. Nehmt einfach definitiv PHP Cache. Ist cooler und ist auch kompatibler mit vielen Web-Servern eben. So, geht da auf Update Status, und ich scrolle nochmal langsam runter. Ihr könnt mal alle meine Einstellungen hier euch angucken, was hier bei mir eingestellt ist. Genau, falls ihr euch dann irgendwas zurücksetzen wollt oder so, dann müsst ihr nicht alle nicht sofort ein Backup hier machen, obwohl ich das empfehlen würde, bevor man sowas hier macht. CDN brauchen wir nicht. Preload, ob ich da noch was eingestellt habe. Genau, hier habe ich noch Preload Garbage Collection eingestellt. Jo, das ist eigentlich so alles unter Inhalte. Ist nichts Interessantes mehr. Da kann man den Cache leeren, genau. Jo, und wenn ich mal jetzt auf die Seite gehe, was hat sich jetzt getan? Jetzt lade ich nochmal hier. Wie gesagt, es unterliegt hier extremsten Schwankungen. Jetzt bin ich bei 4 Sekunden. Jetzt läuft auch gerade übrigens Fußball-ERM. Da wird hier gestreamt aus dem Hause raus. Kann es nochmal ein bisschen länger dauern. Ist meine Internetverbindung auch nicht so gut. Und ich sehe, hier ist auch... Also, wenn meine Internetverbindung jetzt nicht so gut ist, ja, dann sieht man häufig... Ich setze mal diesen Filter hier zurück. Filter zurücksetzen. Nochmal laden. Weil dann sehe ich hier sehr gut, alles, was grün ist, liegt eher am Server und am WordPress. Und alles, was grün ist, ist das Downloading. Also mein Computer hier ist jetzt gerade selber nicht so schnell im Downloaden oder meine Internetverbindung. Deswegen geht es jetzt hier auch nicht an eine Sekunde dran. Obwohl ich das vorhin echt oft schon an eine Sekunde hatte. Obwohl ich hier sehe, was ist das für eine Schwankung. Ich habe normalerweise Schwankungen im 10- bis 20-Sekunden-Bereich. Zum Beispiel auch bei SiteGround oder auf dem eigenen Server. Und hier habe ich Schwankungen zwischen, ja, 2 Sekunden. Manchmal habe ich 10 Sekunden Schwankung hier drin. Aber ich sehe, es ist schon tausendmal besser als am Anfang. Also, wir haben die Seite schneller gemacht. Vor allen Dingen, wenn ich hier nochmal auf den Blog gehe, wenn ich nicht so... Das muss ich nämlich auch dazu sagen. Das hier ist ja ein One-Pager. Hier habe ich viele Inhalte. Und ich habe auch herausgefunden, dass Lazy-Loading hier diese Google-Map hier nicht nachlädt. Das funktioniert leider nicht. Und deswegen ist es so, dass man ja immer sehr viele Ressourcen hat, die geladen werden, sobald man eine Google-Map auch auf seiner Website hat. Aber man möchte ja nicht auf diese Map verzichten, weil die ist ja sehr wichtig. Deswegen drauflassen. Und 1,7 Sekunden ist schon völlig in Ordnung. Die Seite hatte ich vorhin hier zum Beispiel auch mal auf 500 Millisekunden. Ist jetzt natürlich hier der Vorführeffekt, dass das jetzt gerade nicht funktioniert. Genau. Aber, ja, jetzt habe ich sogar 5,22. Was für Schwankungen. Das habe ich wirklich selten. Das ist eben bei solchen Servern so. So, jetzt Reload-Fehler des Sliders. Ähm, ich probiere es mit dem Slider Revolution. Habe ich ja hier stehen. Ich habe dann noch Slides deaktiviert. Hier waren vorher mehr Slides, damit einfach nicht so viele Bilder immer geladen werden müssen. Obwohl das bei Lazy Load kein Problem ist. Also, man kann dann ruhig mehr Slides nehmen. Aber ich habe die eigentlich deaktiviert, die nicht so gut aussahen. Deswegen, auf die kann man ruhig auch verzichten. Dann haben wir hier auf der Seite noch ein Wordfence-Scan. Das macht das Ganze auch noch langsamer. Also, wir haben hier immer noch Wordfence laufen. Das ist ein super Plugin. Ich gehe hier auf Wordfence und dann auf Live-Traffic. Hammer Plugin, um mehr Sicherheit auf der Website zu gewährleisten. Vor allen Dingen richtet es auf jeden Fall ein, dass Leute sich nicht unlimited versuchen können, anzumelden auf eurer Website. Weil das ist das Allerkrasseste und ihr dürft keinen Admin-User haben. Dann seid ihr schon mal ziemlich sicher. Allerdings sollte man, ja, es ist auf jeden Fall gesetzt, dass man seine Seite immer updaten muss. Und Wordfence ist nochmal so ein extra Bonus. Es ist wirklich ein richtig gutes Plugin. Kann aber auch manchmal schon fast zu viel des Guten sein. Vor allen Dingen, weil hier auch eben Memory benutzt wird. Und deswegen nehme ich das Ganze auch mal hier raus, sage ich mal. Und das ist jetzt nicht spürbar. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Effekt. Das habe ich vorhin auch immer gemessen. Dass wenn man den Wordfence-Live-Scan hier rausnimmt, dann kann es durchaus noch schneller werden. Okay. Aber wie gesagt, wir haben hier Schwankungen. Da kann ich bei euch nicht exemplarisch jetzt was zeigen. Das waren zum Beispiel jetzt auch sieben Sekunden. Trotz Wordfence-Scan ausgeschaltet. Trotz Supercache. Aber mehr kann man hier fast schon nicht machen. Wie gesagt, außer, dass man Inhalte rausnimmt, auf die man dann verzichtet. Und dass man, ja, noch mehr Feintuning, sage ich mal, macht. Was aber wirklich auch zu Darstellungsfehlern kommen kann. Das ist halt auch super wichtig. Wenn wir hier mit Skripten rumprobieren, die irgendwie in Header zu tun. Die machen wir in Footer, Above the Fold in Header. Dann kommt man super schnell als Nicht-Entwickler, sage ich mal, an seine Grenzen. Ja, also ihr würdet super schnell an eure Grenzen kommen und hättet dann Darstellungsfehler. Und ihr seht auch, dass die technische Einrichtung bisher auch ziemlich gut ist. Weil wenn ich mal hier zum Beispiel Y-Slow anschmeiße und Run-Test klicke, dann habe ich, glaube ich, auch einen A-Grade oder wenigstens einen B-Grade für diese Seite. Aber trotzdem lädt sie nicht schnell. Ja, ich habe hier einen Score von 90, weil eigentlich alles völlig in Ordnung ist. Okay, hier könnte man noch was drehen. Aber es ist einfach, ja, es ist einfach langsam, weil der Server einfach nicht so schnell antwortet. Also, das seht ihr. Gute Note, aber trotzdem nichts dahinter. Und das sieht man auch ganz stark hier einfach, wenn viel grün ist. Grün bedeutet lange Server-Ladezeiten. Ja, und hier ist sehr wenig Download. Der Download ist eher schnell und sehr viel grün hier. Das sind eher die längeren Sachen, genau. So, jetzt gehen wir mal weiter in die Notizen. Ich habe ein 200 Kilobyte großes Bild hier unten. Das ist auch super wichtig. Dieses Bild hier habe ich im Photoshop geöffnet. Und das Bild war 200... Erstmal sah das Bild so aus, ja. Und hier finde ich wichtig, das ist ja hier die Besitzerin dieser Hundeschule. Und dieses Bild ist super dunkel und wirkt dadurch gruseliger, sage ich mal. Ja, das wirkt nicht so, natürlich guckt sie freundlich, aber wenn ich hier ganz kurz drüber scrolle, dann, ja, ist das eher ein dunkler Ort, den ich da sehe. Und das kann ich natürlich im Photoshop ziemlich schnell heile machen, weil die Qualität dieses Bildes ist sowieso nicht so berauschend. Selbst wenn ich jetzt hier dunkler mache. So, und dieses Bild war heller, meine ich. Und dieses Bild ist witzigerweise 200 Kilobyte groß, obwohl die Aufnahmequalität extrem schlecht war. Ja, wenn ich das auf 100% drehe, so war es vorher 230 Kilobyte. Das muss aber nicht sein für so ein Bild, das sowieso so verpixelt ist. Also, ich sehe hier durch diese schlechte Kompression hier, die wahrscheinlich ein günstiger Fotoapparat erzeugt hat, sehe ich hier überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich hier auf 50 runterdrehe oder bei 100 bin. Macht gar keinen Unterschied, dann kann ich auch auf 50 gehen, dann habe ich die Hälfte der Größe eingespart. Da würde ich lieber eigentlich nochmal ein besseres Bild machen und dann speichere ich das unter Bild neu und mache Replays. Weil man kann durchaus in dieser Größe ein extrem scharfes Bild haben, das nur 50 Kilobyte groß ist, wenn der Fotoapparat gut war. So, gehen wir mal zurück hier auf die Website. Ich habe hier ein Plugin installiert, das nennt sich Enable Media Replays. Jetzt Enable Media Replays. So schreibt man das. Das ist installiert. Einfach unter Plugins installieren. Dann gehe ich auf Medien hier und tausche jetzt dieses Bild hier aus. Weil, wie gesagt, dieses Bild ist unvorteilhaft von der Farbgebung und von der Größe. Man kann sich auch, und das zeige ich gleich noch, alle seine Bilder ganz gut eigentlich angucken. Auf der Website von der Größe her, indem man einfach mal durch die Mediathek sich durchklickt. So kann man bei WordPress auch ziemlich effektiv alle fehlenden Metatext finden. Ich muss jetzt mal ganz kurz was trinken. Das ist nämlich super viel Information, richtig? So, jetzt habe ich das Bild getauscht, aber ich denke, das Bild ist hier noch gecached. Deswegen kann man noch keinen Effekt hier sehen. Ich lade mal die Seite neu und es wäre jetzt cool, wenn das Bild nicht neu angezeigt wird. Und ich euch erstmal zeigen muss, dass ich in so einem Fall hier runtergehen muss auf Einstellungen WP Super Cache. Ich öffne das in einem neuen Tab. Ich drücke mal Command und dann klicke ich drauf, damit es sich in einem neuen Tab öffnet. Gehe auf Update. Nee, nicht auf Update Status. Auf Cache lernen. Genau. Huh, jetzt ist es schon besser, wenn man ein bisschen was getrunken hat. So, dann gehe ich auf Cache lernen hier. Und dann gucke ich es mir mal im anderen Browser an. Lade hier neu. Nein, es ist immer noch das ältere Bild hier da. Nein, nein. Dann gehe ich hier wieder auf Medium und dann... Moment. Hat es vielleicht gerade nicht geklappt? Habe ich mich vielleicht hier irgendwie... Ist doch das neue Bild hier. Bild neu. Öffnen. Hochladen. Wird es vielleicht einfach anders dargestellt? Moment mal. Manchmal ist es echt tricky. Manchmal muss man ganz schön rumprobieren, Leute. Ich sitze hier auch manchmal stundenlang, damit ich hier irgendein Tutorial vorbereite, ne? Deswegen, ich werde jetzt mal nicht hier das Ganze rausschneiden. Gehe nochmal auf Cache lernen hier. Komm schon, komm schon. Das muss eigentlich tadellos funktionieren. Ansonsten, das Enable Media Replays funktioniert eigentlich immer. Gehe ich hier auf das Bild und ersetze das nochmal. Gehe auf Plus und dann ziehe ich das Bild einfach hier rein. Bild neu. Und mein Metatext wäre dann, wie gesagt, draußen im grünen an den Feldern. Feldern, Biel und dann diese Städte da reintun. Genau. Mit der Hundeschule aus. Und dann kann man sogar noch hinschreiben, wie das Dorf hier heißt. Oder die Stadt. Solotouren. Ich war noch nicht da. Und klickt dann auf Bild festlegen. Beziehungsweise, was ich immer noch mache, ist, dass ich das eigentlich auch als Titel und ich setze den Alttext dann immer noch fest als Titel und so. Aktualisiere das mal. Ich kann ja nochmal in die Mediathek reingucken und mir dieses Medium angucken, das ich gerade hochgeladen habe. So, ich habe das nur als Bildunterschrift hier festgelegt. Ich will das aber eigentlich sogar nur als Alttext beziehungsweise Beschreibung haben. Gut, dass ich das nochmal gezeigt habe. Und dann kann ich es nochmal testen, auch wenn ich jetzt diese Seite hier neu lade. Ach so, das ist halt auch so ein Ding. Ich habe die Seite halt hier die ganze Zeit im Fenster, wo ich nicht angemeldet bin, neu geladen. Und die Ressource war einfach die ganze Zeit gecached, auch wenn ich den Cache geleert habe. Das ist natürlich super wichtig. Wahrscheinlich hätte ich hier neu laden müssen, dann hätte ich auch schon das neue Bild gesehen. Also das ist jetzt gerade die Erklärung, warum ich mich gerade verrückt gesucht habe. Ja, das ist natürlich witzig zu wissen, dass man sich das dann nicht in einem Fenster anguckt, in dem man nicht angemeldet ist, weil ich für nicht angemeldete Benutzer hier den Cache eingestellt habe. Deswegen merkt er dann zum Teil auch nicht, wenn ich den Cache geleert habe. Ja, aber das ist ja eben Caching. Also Caching kann einen super in den Wahnsinn bringen, außer man ist dann eben hier angemeldet. So, und jetzt kann ich nochmal gucken hier. Alttext draußen im Grün an den Feldern. Biel mit der Hundeschule aus Solotouren. Genau. Und dann hat man hier schon mal zwei, beziehungsweise zweimal, oder für zwei Städte hat man Google mitgeteilt, dass diese Website hier relevant für diese Städte ist. Weil das muss man ja irgendwie mitteilen, dass diese Website hier nicht nur relevant ist für Solotouren, sondern auch für Biel. Woher soll Google das wissen? Genau. Das ist wichtig. Das ist absolut SEO mit Keywords, dass man ein bisschen kreativ denkt. Der One-Pager hier ist übrigens super gut, weil was soll man noch für Inhalte, außer Blogpost-Inhalte für so eine Hundeschule haben? Also Blogpost. Mit dem Blogpost kann man regelmäßigen Inhalte erschaffen. Regelmäßiger Inhalt ist super wichtig für Google und Suchmaschinenoptimierung. Und also eine Seite mit regelmäßigem Inhalt hat viel mehr Klicks als eine statische Seite, die nicht Inhalt regelmäßig bekommt. Und deswegen ist der Blog hier, das ist super gut. Man hat viele Unterseiten durch diese ganzen Tags und durch die Kategorien. Wenn hier jetzt regelmäßig Inhalt geliefert wird, dann geht es richtig ab mit dieser Seite. Das werde ich versprechen. Dann darf man natürlich keine Fehler machen und hier zum Beispiel Bilder hochladen, die viel zu groß sind. Deswegen testen wir es nochmal. Ist aber völlig in Ordnung. Also, haben die genau richtig gemacht? Haben die übrigens nach meinen Tutorials gemacht? Darf ich ganz stolz sagen, denke ich. Genau. Ich gehe mal hier drauf. Nur den Hoster haben sie nicht ausgewählt nach meinen Tutorials. Ja, 640x426. Seht ihr? Das Bild ist gar nicht so riesig, glaube ich. Ich habe hier übrigens diesen Bilder-Downloader. Den zeige ich dann nochmal in einem anderen Video. Damit kann ich Bilder von der Website runterladen und dann auch gucken, wie groß die sind. Kann ich selektieren und downloaden. Genau. Da habe ich es. Hier kann ich mein Bildinformationen öffnen. Dann sehe ich 46 Kilobyte. Also, das Bild ist super krasse Qualität hier. Seht ihr das? Ist aber nur die Hälfte von diesem Bild, was ich hier im Photoshop habe, von dem hier. Seht ihr den Unterschied? Also, das hier ist zweimal so groß wie dieses Bild. Oh, das hüpft die ganze Zeit so nur der R. Wie dieses Bild hier. Ich habe gerade einen Fehler hier auf dem Mac, glaube ich. Das ist zweimal so groß wie dieses Bild und dieses Bild hier ist natürlich viel, viel größer. Ich habe gerade nichts gemacht und der springt hier hin und her. Muss ich wohl mal Photoshop hier in den Hintergrund rücken. Jetzt geht es besser. Und dann öffne ich mal hier die Notizen und dann gucken wir mal an, was wir noch machen wollen. Man sieht übrigens im Blog hier die Menüpunkte nicht. Moment mal. Wenn ich hier auf... Ja, ich mache mal die Leiste hier weg. Ja, wenn ich hochscrolle, sieht man hier die Videos nicht. Das ist sicherlich eine Einstellungssache. Da wollte ich jetzt nicht auch noch nach suchen. Und ich habe schon sehr viel jetzt heute auf dieser Seite analysiert und geguckt. Ja, die sollten mal angemacht werden. Dann Verlinkung zum Facebook-Profil fehlt. Wegen deutscher Datenschutz... So, und wegen deutscher Datenschutzrichtlinien dann ist dieses Facebook-Widget, das man bekommt, wenn man diesen Facebook-Developer-Fad hier folgt. Ja, diese Widgets hier, die sind nicht unbedingt verboten, aber gefährlich zu benutzen. Deswegen würde ich sie nicht mehr benutzen jetzt. Und ich tausche auch auf Seiten gerade die ganzen Dinge aus. Also, weil das gegen Datenschutzrichtlinien hier verstößt, würde ich diese Facebook-Like-Buttons von Facebook selber nicht benutzen. Man kann ja durchaus einfach irgendwie einen Screenshot hiervon machen, ohne dieses Share hier vielleicht. Ja, einfach hiervon von seiner eigenen Seite, wenn man seine Seite zum Beispiel eingetragen hat hier, einen Screenshot machen. Und dann kann man ja das Ganze zu Facebook manuell verlinken. Wo kann ich das Ganze machen? Hier, Button teilen. Ja, das ist der Button teilen. Seitenplugin. Ja, das hier, das ist es. Genau, also, ich könnte jetzt zum Beispiel das Ganze hier einfach so... Dann aktualisiert sich das Ganze nicht. Ich würde einen Screenshot machen, dann würde ich das immer mal austauschen. Oder ich kann das hier auch irgendwie wegretuschieren, das 698. Oder ich patchwerke mir das irgendwie zusammen und verlinke es dann manuell zu Facebook, damit ich dieses Widget, das eben hier gegen die Datenschutzrichtlinien verstößt, damit ich das nicht benutzen muss. Also, ganz wichtige Sache. Aber ich würde auf jeden Fall Facebook... Weil das ist ja hier Sharing. Das ist ja ein Sharing-Button, ja? Ach so, oh, hier ist übrigens eine Verlinkung. Ja, witzig. Das kommt aber nicht so richtig raus, dass das hier, der Facebook... Ich verwechsel das selber immer. Also, ich würde definitiv hier... Hier geht es zu Facebook nochmal als textuellen Link machen, weil hier unten ist ja auch ein Facebook-Button. Der sieht fast genauso aus wie der hier oben. Die User können aber immer nicht unterscheiden, was ist was. Also, das hier ist Facebook-Share. Also, ich würde jetzt diese Hundeschule hier auf meinem Profil sharen. Und das hier oben ist das Facebook-Profil. Deswegen würde ich definitiv nochmal einen textuellen Link machen. Hier geht es zu unserem Facebook-Profil. Folge uns und bekomme alle News in deine Timeline. Irgendwie sowas. So, das war noch ein Tipp. Dann würde ich in der Seitenleiste ein Call-to-Action zur Startseite machen, weil man klickt ja nicht unbedingt hier oben drauf und hat dann hier noch... Hier geht es zu unserer Hundeschule und dann habe ich hier einen Menüpunkt. Eventuell habt ihr das sogar hier extra ausgeblendet. Dann müsstet ihr es aber hier auch noch ausblenden, weil sonst ist es verwirrend. Ich würde aber durchaus das Menü oben anlassen, damit man das dann findet. Vielleicht war das ja wirklich extra. Aber ich würde hier auch noch links hin tun, wie man, sage ich mal, ja, hier geht es zur Hundeschule und dass man dann auch zum Beispiel noch ein Kontaktformular hier hat, zum Beispiel Kontakt zu unserer Hundeschule hier rechts als Contact Form 7 oder als Impreza-Kontaktformular, das häufig besser aussieht als CF7-Impreza. So. Dann wollte ich euch nochmal zeigen, wie man zum Beispiel Bildelizenzen checken kann. Ich kann zum Beispiel dieses Bild hier mit Speichern unter, kann ich es ja auch speichern. Ich muss nicht immer hier oben rechts drauf gehen. Das hier mache ich eigentlich immer nur, wenn ich mehrere Bilder speichern will von einer Website. Und ich mache einen Rechtsklick und ein Bild speichern unter, wenn ich mir das speichern will. Und dann kann man zum Beispiel auf images.google.com gehen. Und da seht ihr, was Google für einen fetten Image-Processor hat. Man kann das hier reinziehen. Google durchsucht alle Dateien, die es da so gibt und guckt sich an, wo dieses Bild noch zu finden ist. Und ich finde alle möglichen Seiten, mit denen das abgeglichen wurde. Und sehe beispielsweise, dass dieses Bild nicht lizenziert ist. Also nicht ohne Lizenz, aber mit Attribution-Model nennt man sowas, dass man das Bild referenzieren muss oder dass man Attribution geben muss. Den Autor also referenzieren muss. Einen Quellverweis hinzufügen kann man auch sagen. Das ist natürlich super wichtig. Und ich habe gesehen, dann hier auf Seite 4, 5, dass dieses Bild wirklich nur auf Blogs hier benutzt wird, ohne Lizenz. Die verbietet das unbezahlt oder mit Verweis zu benutzen. Und dass das Ganze nur auf Pixabay wahrscheinlich hier runtergeladen wurde. Ja, also man sollte nämlich mit Bildern vorsichtig sein, die zum Beispiel von Pixabay sind. Und der Grund ist, dass diese Bilder eventuell auch irgendwo anders verkauft werden und der Autor überhaupt nicht weiß, also der Urheber von diesem Bild, dass dieses Bild benutzt worden ist und bei Pixabay hochgeladen wurde. So, das bedeutet nur der Urheber. Also wenn ihr da draußen ein Foto schießt, dann wisst nur ihr, dass ihr nicht wollt, dass das Ganze ohne Quellverweis verwendet wird. So, und dann kann es aber sein, dass jemand Drittes kommt und dieses Bild einfach hier hochlegt bei Pixabay und sagt, hey, das Bild gehört mir, obwohl das gar nicht stimmt, und sagt, hier, ihr könnt das alle frei und kostenlos benutzen. So, der macht sich strafbar und ihr macht es dann, ihr macht es euch dann aber in dem Moment auch sozusagen angreifbar, weil ihr das Bild benutzt, ohne nochmal nachgehakt zu haben. So, und ich sehe jetzt aber hier, ich habe das dann gefunden hier in den ganzen Links, in dem Link-Dschungel, habe ich irgendwann dann gefunden, dass es nicht nur hier diese ähnlichen Bilder sind. Ich habe dann irgendwo hier gefunden, dass es das hier zum Beispiel habe ich gefunden und ich habe auch das gefunden und ich habe auch dieses andere Bild gefunden. Also, ich habe nochmal verifiziert, dass das von Pixabay kommt und dass das nicht auch noch auf Shutterstock oder irgendwo anders zu finden ist. So, dann muss ich noch was sagen und zwar Bildlizenzen und so weiter. Dann muss ich noch sagen, dass hier oben, diese kleine Tatze, habe ich sofort erkannt, dass das definitiv ein Flat-Icon sein muss, wo man auch Attributionen geben muss, also wo man einen Quellverweis hin tun muss. Und da ist übrigens das hier, der Creative Commons. Ach so, das sind die Pixabay-Sachen, glaube ich. Moment, gucken wir nochmal. Genau, ich kann es auch im Logo benutzen, weil hier steht ja auch, ich kann es für jeden Zweck benutzen, aber ich muss Attributionen geben. Das ist nämlich dieses Bild hier. Und hier unten sehe ich nämlich auch die Lizenz. So, wo sehen wir es? Das ist sicherlich hier irgendwo runtergeladen worden oder von einer anderen Website. Und dann sehe ich hier How to Credit und dann sehe ich hier auch die Lizenz für dieses Bild. Und dieses Bild sagt, man muss Attribution leisten. Also, ihr müsst in euer Impressum irgendwo verlinken und das macht zum Beispiel hier flaticon.com ziemlich einfach. Ich muss einfach nur How to Credit hier anklicken und dann steht hier eine Anweisung oder ich schließe das mal wieder. Es gibt auch hier eigentlich eine Lösung, wenn ich hier das hier auf runterladen gehe, dass ich hier drauf gehe und dann gehe ich auf Copy this Link. Genau. Dann kann ich das hier kopieren in die Zwischenablage und auf meine Website kopieren. Dann habe ich hier direkt eine Referenz auf den Autor, so wie es gewünscht ist, sogar mit Lizenz. So, kann ich hinschreiben Logo Bild und das ist die Lizenz für das Logo Bild. Und da steht hier auch direkt in der Lizenz, es darf für ein Logo, also für jeden Zweck verwendet werden. Hier steht es nochmal. For any purpose. Okay. Das schließe ich mal wieder. Damit bin ich jetzt auch vorbei. Ihr könnt also sehen, dass ihr Bilder nachforschen könnt, wo die herkommen. Dann habe ich diese Seite. Natürlich, wenn ich so eine Seite hier analysiere, dass ich die Seite auch mit Zeit-Doppelpunkt, mit meinem Trick hier nachschaue und mir die Meta-Informationen anschaue. Ich sehe hier beispielsweise, dass hier Startup-Preise stehen. Also hier Olten bis Biel bringt nichts, weil es sollte definitiv noch ein bisschen häufiger oder es sollten noch andere Städte hier irgendwie vorhanden sein. Olten bis Biel bringt noch nichts. Vielleicht für den sehr fachkundigen, der genau weiß, wo Olten und Biel ist, der weiß, dass er sich dazwischen befindet. Ich habe das ja auch auf der Map gesehen. Aber Google kann damit nichts anfangen. Startup-Preise. Hier würde ich Google AdWords übrigens benutzen und einfach mal 1, 2, 300 Euro, wenn das Geschäft läuft, sage ich mal, das könnte jetzt vielleicht nicht für so eine Hundeschule hinkommen, aber wenn ihr ein größeres Business habt, dann könnt ihr diesen Text hier, ja, ihr könnt ja Textanzeigen kaufen, die beispielsweise diesen Text haben und dann A-B-Testing machen, dann noch eine Anzeige kaufen auf die gleichen Keywords und dann hier aber einen konkreten Preis reinschreiben, wie zum Beispiel ab 40 Euro und dann gucken, was ist psychologisch besser, wo klicken die Leute mehr drauf. Das ist mein heutiger Tipp hier zu diesen Anzeigen, die man ja hier mit SEO bei Yoast, das habt ihr sicherlich in vielen Videos von mir schon gesehen, das ist mein heutiger Trick, wie man diese Anzeigen hier analysieren kann, denn niemand ändert das hier, wartet, bis der Google Cash das hier jetzt in Cash aufgenommen hat, dann schreibt er sich auf, ich habe jetzt die nächsten sieben Tage, habe ich das und das, steht dann hier und dann mache ich das wieder und dann sind sowieso die Webmaster-Tools, Daten sind mega verzerrt, man kann viel besser A-B-Testing mit Google AdWords machen, dann hat das Ganze gar nicht den Sinn, dass man wirklich Leute kauft, die auf die Website kommen, dann hat das nur den Sinn, dass man sieht, wann klicken die Leute mehr auf das Suchergebnisse, wenn ich Text A benutze oder wenn ich Text B benutze und natürlich kann man mit dem Titel genauso spielen. Genau. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Ich habe hier noch gesehen, man sollte definitiv alle Plugins auf einer WordPress-Website deaktivieren, die man nicht braucht. Also, man sollte immer mal auf Plugins hier gehen, nach einer Weile, wenn man so eine WordPress-Website hat und jedes Plugin hier macht A, die Website ein bisschen unsicherer, weil mit der Menge der Plugins steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Plugin nicht mehr aktuell ist und B, machen Plugins auch die Website ein bisschen langsamer, weil Skript hinzugefügt wird. Jetzt habe ich hier gesehen, dass dieses eine Plugin hier, dieses xt-Favicon, das ist eigentlich überflüssig. Eventuell hat der Bauer hier der Website nicht gesehen, dass wenn ich hier auf Anpassen gehe, hier im Frontend, dass ich dann hier unter Seiteninformationen gleich, hier Website-Informationen, hier ein Fevicon hinzufügen kann und dann habe ich nochmal dazu geschrieben, der Grund, warum ein Fevicon oder Fev-Icon heutzutage 512 Pixel breite ist, haben sollte und 512 Pixel Höhe, ist, dass man sich ja auch, wenn man zum Beispiel auf dem iPhone mit einem Retina-Display, wenn man hier mit auf der Seite ist, mit dem Telefon auf der Seite ist, dann kann man sich das Ganze auf seinem Home-Display bookmarken und dann wird ein Icon angezeigt und das ist dann eben auch das Fev-Icon und das hat dann eben bei Retina zum Beispiel oder bei, ja, wenn man zum Beispiel ein Vorschaubild haben sollte, dann braucht man auf jeden Fall 512 Pixel Breite für manche Fälle. Also ich glaube, für Retina-Icon braucht man höchstens 200 Pixel Breite, denke ich mal, aber es gibt ganz viele Zwecke heutzutage, wofür diese Fev-Icons für vergewaltigt werden, sage ich mal. Genau, okay. Jetzt sind wir fast am Ende hier. Ich würde diese Website hier auf www umstellen. Ich würde, das habe ich neulich schon in meinem letzten Site Audit gesagt, da hat mich dann wer gefragt, wie geht das, da mache ich übrigens auch nochmal ein extra Video drüber, aber man kann auf Einstellungen allgemein gehen, ansonsten kann man das auch noch in der Datenbank machen und kann dann hier einfach www davor schreiben. Danach muss man sich übrigens neu anmelden, weil für Google, ja, die Cookies sind nur für diese Seite gesetzt, ohne www, also auch meine Anmelde-Session hier ist für diese Seite gesetzt. Wenn ich also gleich auf diese Seite hier komme, dann, ja, dann werde ich mich auf jeden Fall, werde ich rausgeschmissen, ja. 9 E 5 66. Er hat zum Beispiel ein Capture hier installiert, damit man nicht so schnell darauf kommt. Das ist auch eine witzige Sache. Genau. Ich öffne jetzt mein One Password hier im Hintergrund und suche mir mal hier das Passwort wieder raus. das ist schon mal ein cooles Hintergrundwissen, ne, das mit dem Cookie, warum man immer rausgeschmissen wird. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Lizenzrechte prüfen, das haben wir eben schon gemacht, das wollte ich nur nicht vergessen, deswegen habe ich es mir auch nochmal aufgeschrieben. Also dieses, man sollte immer Lizenzrechte prüfen für alle Sachen, die man benutzt, für alle Bilder, die man benutzt, für Texte, die man benutzt und es ist super witzig, selbst wenn ihr selber bei euch draußen im Garten irgendwas fotografiert, zum Beispiel einen Gartenstuhl, dann müsst ihr dafür die Lizenzrechte prüfen und so weiter. Das ist ein absoluter Hickhack. Man sollte alles, was man irgendwie weiterverwendet, muss man prüfen, ob man es fotografieren, also fotografieren dürfen ist die eine Sache, das kann man ja immer, aber man darf es dann nicht weiter veröffentlichen und ein neues Kunstwerk sozusagen draus machen, bei vielen Dingen. Deswegen immer Lizenzrechte für alle Assets, sage ich mal, die ihr benutzt, prüfen. So, jetzt sind wir definitiv schon über eine Stunde Side Audit, Ich denke, das war mal das allerausführlichste Side Audit hier. Ich habe super viel mit euch gemacht, super viel durchgegangen. Als Dank könnt ihr mal einfach unter CMS-Videos meinen Newsletter abonnieren. Bitte drückt auch unten hier den Abonnieren-Button und den Like-Button vor allen Dingen. Gebt mir einen Daumen hoch hier auf dieses Video. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, habe hier einen wirklichen Tag dran rumgearbeitet und diese Seite hier angeguckt. Die Plug-in-Einstellungen bin ich durchgegangen, bis es keine Fehler mehr gab. Das kann man sich sehr gut für Impreza dann nachmachen, sage ich mal, weil ich denke, viele hier haben auch das Impreza-Theme. Liked auch mal oder abonniert auch Jonas Schindler. Also hier YouTube, Jonas Schindler liken und mich abonnieren. Hier über CMS-Videos findet man auch diese Abonnement-Buttons hier. Genau, das wäre, wie ihr mir oder wie ihr euch revanchieren könnt. Und wenn ihr auch ein Side Audit haben wollt, dann möchte ich euch auch den Gefallen tun, falls ich die Kapazitäten habe und dann kommentiert einfach hier unten. Kommentare bringen mich auch super weiter. Sagt mal, was euch hier am meisten geholfen hat, was ihr vielleicht auch noch hier verbesserungswürdig findet an der Seite. Ich kann euch nur dazu ermutigen, hier zu kommentieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und viel Spaß übrigens bei der EM. Heute Abend ist ja das Auftaktspiel von Deutschland übrigens. Ihr werdet das Video hier wahrscheinlich später sehen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, ihr guckt es auch in angenehmer Stimmung. Bis später.